Das ist jetzt mehr Gaudi, gell? Okay. Also Spaß auf Hochdeutsch. Ja, auch in Verstehen. Beschreibe dein Projekt in einem Satz. Die Grundlage für fairen und freie Bildung in Deutschland, unabhängig vom Geldbeutel. Welche Person, tot oder lebendig, fehlt dir in deinem Projekt? Steve Jobs. Auf welche Frage weißt du selber noch keine Antwort? Oh, da gibt es ganz viele. Wenn dein Projekt ein Tier wäre, welches wäre es? Oktopus. Ja, also nicht Datenkacke, ganz wichtig, sondern die Arme stehen für die Vielfettigkeit der Zungen. Was würdest du anderen gerne mitgeben? Anmelden, ausprobieren, veröffentlichen und Freude hoffentlich dran haben. Wenn dein Projekt ein Song wäre, welcher wäre es? Von Pink Try, einfach mal ausprobieren. Welche Frage willst du nie wieder beantworten müssen? So eine Frage gab es noch nicht. Was ist dein größter Erfolg mit deinem Projekt? Erfolg? Uiuiui. Das klingt so hochgestochen. Welche Figur spiegelt dein Projekt am meisten wieder? Boah, ähm, Spider-Man. Wo können die Zuschauer mehr über dein Projekt erfahren? Das ist leicht, natürlich auf zum.de, unserem Portal und da sind wunderbar unsere Angebote ersichtlich. Das klingt so hochgestochen. 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 Das klingt so hochgestochen.